Hallo zusammen, heute wollte ich euch eigentlich nur mal schnell meine kleine Sammlung von diesen Digimon Comics zeigen und noch dazu sagen, dass ich damit einfach nichts mehr anfangen kann und heißt, wenn ihr da irgendwie Interesse dran haben sollt, weil ich meine, es gibt ja durchaus viele Digimon Fans und wenn von euch da wirklich jemand Interesse dran haben sollte, ich hab die momentan bei Ebay drin, ich verlinke euch das auch unten wenn ihr da aber keinen Bock drauf habt, dann klickt einfach nicht drauf, egal es ist nur, falls ihr für Digimon interessiert seid und hier diese Magazine wollt das sind irgendwie Nummer 1 bis 58, dann habe ich 60, 71, 70 und 84 glaube ich ist es und das ist auch noch mit dabei aber so jetzt nochmal ganz kurz zu diesen Magazinen an sich ich hab die früher mal ganz gerne gesammelt und das ist im Prinzip von Dino und von RTL2 rausgebracht und da sind halt immer irgendwelche kleinen Spielzeuger dabei gewesen, die jetzt hier alle nicht mehr dabei sind und auch noch Sticker, die größtenteils, soweit ich das gesehen habe schon noch dabei sind an sich sind das wirklich super nette Magazine und man hat im Prinzip diese, ja ich sag mal immer Storys pro Buch immer 1, 2 Storys die sich dann her drüber ziehen über Freundschaft oder sonstiges neben sie dann irgendwelche Leute bekämpfen das ist eigentlich echt ganz süß gemacht und wie gesagt hier hat man dann halt auch immer noch diese Sticker mit dabei mir gefällt es ganz gut und mir tut es ehrlich gesagt im Herzen auch so ein bisschen leid, dass die weg müssen aber die sind halt echt ziemlich platzfressend bei mir jetzt so an sich finde ich geht's aber ich muss das jetzt einfach rausschaffen man kann die sich so glaube ich auch gar nicht mehr kaufen also ich weiß nicht bis wann die jetzt produziert wurden aber ich hab hier auch noch die neueren Momente also das neueste was ich hab die sind alle da also das sind alle die die ihr da so kriegen könntet das ist das neueste was ich da damals geholt hab in Anführungszeichen das ist auch schon von 2005 ich weiß auch gar nicht bis wann die produziert wurden um ehrlich zu sein das erste ist von ah von 2000 das ist auch schon ein bisschen her fünf Jahre hat es die Dinge gegeben mindestens wow hätte ich nicht gedacht ja gut das ist dann zum Beispiel dieses Digimon Tamers glaube ich wenn mich nicht alles täuscht ist natürlich noch die erste Serie hier wie gesagt sind ganz nette Comics aber ich kann halt einfach nichts mehr damit anfangen also für Sammler ist das echt bestimmt was tolles aber ich bin halt nicht so der riesen Digimon Fan dass ich sag ich brauch jetzt diese Comics noch ich hab noch meine Plüschis und die sind echt süße und die geb ich auch nicht her aber diese Comics sind halt ich weiß nicht das sind so Sammlerdinger und die sind schon irgendwie cool so ist es nicht aber also versteht mich hier nicht falsch es gefällt mir wirklich gut immer noch aber es sind halt nicht mehr so meine Sachen also ich lese da echt gar nicht mehr rein und das hat dann auch irgendwie keinen Sinn ich möchte es dann ehrlich gesagt an niemanden geben der da mehr Freude hat und falls da jemand unter euch ist schaut es euch gerne an wie gesagt der Link ist in der Videobeschreibung wenn nicht dann nicht und ansonsten ja wollte ich euch noch mal diese kleine Digimon Sammlung hier so zeigen es ist ja doch wirklich irgendwie so eine kleine Sammlung sind ja doch ziemlich viele Dinger genau das war's habt ihr diese Dinge auch gesammelt würde mich mal interessieren habt ihr auch noch welche daheim rumliegen oder nicht weil ich glaube dass damals die Leute die Digimon geguckt hatten hatten dann doch relativ viel auch mit diesen Comics am Hut zum Teil es ist irgendwie so was gewesen wie ja ich sammle jetzt Pokémon Karten oder ja ich sammle jetzt Juio Karten es war irgendwie so ein ja so ein allgemeines Ding dass man das gemacht hatte naja soweit dazu wie immer gilt natürlich als die Digimon Sammlung meine Meinung wenn euch die nicht gefällt dann macht doch ganz einfach eine eigene wir sehen uns bei dem nächsten Video bis dann euer Cityblood macht einen schönen Tag eine schöne Nacht was auch immer Tschaui